ich habe dir eine freundschaftsanfrage geschickt was ist das für ein landmann rote karte für mario was hat er jetzt geschrieben wir sind die moment nix doch nicht noch nicht nix ist schon wieder weg der ist nur wieder gekommen um das zu schreiben kommt ich war es ich habe ihn sofort gebannt aber ich wollte noch was sagen da brauchst du nichts mehr zu sagen das ging ganz schnell ja und wo bleibst du ja 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 eine fette und er ist auch dabei nun eigentlich muss er gehen jetzt bin der zwangsschmetter vom highcore habe ich den extra den weg darauf genommen und dann bin ich gleich erschossen nicht mit mir unfassbar was denn ach wer war das denn der sender steht night stalker daran an dem platz ja genau ich weiß gar nicht was du da willst ich höre ihn schon fluchen ich habe gedrückt ich habe gedrückt ja ollie zweimal hast du mich nicht erwischt dreimal vielleicht egel hat 4-0 flipsee 2-0 ollie ollie mein herz bleibt stecken ach doch jetzt bin ich eh tot zum weg zu erinnern rennt doch nicht weg jetzt oder sie jetzt kommt die punkte alte tippe der aua klappt dann geht das auch vorbei ja tat richtig weh der scheiß ja aber nicht weh genug ich habe ja wenigstens schon einen ehren treffen ja der will jetzt auch wenn ich es richtig gesehen habe der versucht tatsächlich wieder drauf zu kommen ja das finden auch im tdm ist auch noch bahn boah ninja ninja ich bin schon wieder geboostert ja ne nein ach mist ja ich habe den besuchten den besuchten den besuchten kommt der will oder nicht weiß man nicht der ist doch beim schiefahren nein er hat doch gerade geschrieben er kommt jetzt achso aber der ist alt das haben wir doch alles schon geklärt ollie weiß ich doch nicht doch wie alt ist das aber der ist noch gar nicht der ist noch gar nicht über 40 doch nein 40 40 40 40 40 40 40 30 na ben da ist er doch ich kann das euch nochmal erzählen da ist er ja wer soll was erzählen wie alt das ich bin wie alt das ich bin wie alt das ich bin ähm lass mal lass mal lass mal rechnen also wenn ich ausm hospital rausgekommen bin und dann bin ich noch ein bisschen älter geworden dann war ich autoführerschein machen dann war ich Lkf führerschein machen so was machst du alles so was machst du alles ähm ja so halt ich bin 20 jahre jünger juli juli aber wenn ich nach der größe ginge wäre ich gerade so mal 15 16 bist du so nach welcher größe nach meiner größe achso also nach meiner körpergröße körpergröße zum glück hast du es noch dazu gesagt ja deswegen hatte ich ja gefragt achso jaja ein film der böses denkt ja ja das ist bald der Seniorenclub hier oder baster es ist bald der jungs das ist bald der jungs ja hab ich hab ich hab ich und leiden musst du auch dabei aber ist ja blockiert hinter dir steht nicht hinterherlaufen ich habe was anders vor das kann doch nicht was sein Oli, du bist ja fast so laut wie Big Mac. Das hat den jetzt gewonnen. Das finde ich durch Kurva, ja. Oh, Kurva, ich bin tot. Ah, überall wo der Spawns ist schon einer, ey. Ja. Oh, komm, ey. Na 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 na. Hallöle. Sie hast meine Mine weggepriegt zu sprengen. Ich bin drüber gegangen und es war BOOM. Ich hab BOOM gar nicht. Und ich hab kein Geräusch gehört, ne. Nein? Ne. Kein Geräusch. Kein Geräusch gehört. Wer war das denn? Was war das denn? Ach. Hä? 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 Ich hab doch gar keine Mine. Einer drauf geschossen oder einer was drauf geschmissen? Ja, aber Selbstmordstand da. Dann hast du dich umgebracht. Ach, er ist schon gestorben. 1,4. Ja, ich wollte ein Messer. Oh, ein bisschen die Sonne wieder. Ne, warte, was war. Meinspruch. Meinspruch. Jawohl. Nehm Einsatz. Ey, wo geht's denn da hin? Ich gucke doch mal. Wo geht's denn da hin? Ja, wo geht's denn da hin? Ey, wo geht's denn da hin? Hast du mal hinter den Zaun da geguckt? Wo bist du denn gewesen? Da geht's ja weiter. Das kann ich dir im Moment noch nicht sagen. Ja, da hin der... Der James Bond ist im Falten Film. Der ist auch schon wieder gegangen. Ne, ist das nicht so krass hier. Ne, Oli. Hast du doch hinter der Wand gelegen? Doch was gehört. Ja, ich auch. Aber ich kann's nicht lokalisieren. Ja, Achtung. Ein Schmarrer. Ein Ort. Ah. Ah. Ne, bin ich da nicht da. Ich denke, ich werde gleich tot sein. Hab ich so ein Gefühl. Nein. Ah. Scheiße. Im echten Zaun. Im echten Zaun. Was passiert, wenn man dieses Ding da abschießt? Achtung. Da bringt man die Treppe. Wenn du da runter gehst, gehen doch durch die Kisten. Da kannst du mal durch die Zorn. Oh. Ich hab dich gegründet. Danke. Ich hab verstanden. Boah, war das nicht die Irre. Ja. Diese Hannoveraner, ey. Na, Kalle. Ich hab dich vorher noch gesehen. Oh, ne, ne, ne. Hannover wär bisher völlig... Sonder? Kellerusen. Ja, Rado wohnt bei mir ums Eck. Oh Gott. Ja, ja, stimmt. Das war ich schon wieder falsch. War ich schon mal falsch mit. Das ist ja noch weiter auf die andere Seite. Lose doch. Nein. Oh. Wir retten da aneinander vorbei, ey. Okay. Ich hab' nicht raus. Aha! Duf. Okay, hab' ihn. Ich kenn' nur Beatou. Oh. Das ist genau zwischen Hammock und Flam Swap. Ah, shit. Ach so. Da, wo die Punkte hinkommen. Ja, ja. Wollte ich auch verzeihen. Wo die Punkte liegen. Boah, ich zumindest. Oh, ich hab' so'n scheiß Euren mit. Wo sind sie denn? 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 Ah, ich trinkt doch grad, Mensch. Kannst du nicht? Oh. In vollem Lauf. Ja. Danke. Danke. I love it. Ich habe alle nur noch mit Hinterkostüm geworben. Ja, war schön. Gerade hab ich gesehen und geschossen und ein Schuss in den Treffer. Das ist blöd. Na, ich sag... Warto, du bist vor mir gespawnt. Ich wollte dich laufen lassen. Was machst du und trägst dich um? Ja, ich hab voll den Schreck gekriegt. Du kannst mich doch nicht so erschrecken. Oh, ich hab's gerade erlebt. Ah, Fick. Ich bin hier. Olli. Alles klar. Da steht er sich in den Dunkeln rein. Ich glaub, sie haben... Habe ich alles für Olli... Hing, 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 fing, hing, 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 fing, hing, hing, hing. Bleib da! Bleib da! Abhauen nützt nix! Stehenbleiben! Stehenbleiben! Seht wie die schießte Reihe! Oh, das war gut. Krass. Trifft nix, dass du kein Headset. Big Mac hat einen. Und noch mal auf der. Trifft nix. Trifft nix. Trifft nix. Oh, Alter. Jetzt facken wir das. Big Mac hat einen. Noch einen. Oh, oh. Scheiße. Oh, oh. Hm, die fahren gerade durch. Das hört sich blöd an, aber... ...bis mal. Hä? Unabil. Okay. Aua. Da wird mein Gutschein anlösen gehen. Bei weh? Bei der Frau. Ach so. Denk ich. Scheiße. Der Gutschein ist mal verfallen. Sorry, Oli. Ich und mein Maschinengewehr. Das gibt's doch wohl gar nicht. Trifft das auch nicht, oder was? Gar nix. Ich bin zu langsam für dieses Messer. Aaaaah. Mist. Scheiße. Aaaaah. Einer geht doch. Das war eine Granate zu viel. Galle. Das ist ungefähr. Das ist ungefähr. ein Bier. Ich muss mich hersaufen. Da sitzt ja dein Waggon. Da bin ich gespawnt. Gerade. Das ist auch gar kein Spawn. Doch. Dumpi. Jetzt hat's auch nicht zugehört. Nein. Das war alle. Hast du gemerkt? Die war alle. Da waren mehrere. Jetzt hätten wir beide vor die Flinte gelaufen. War das schön. Oh. Fehler. Fehler. Was ist denn? Tu an. Was ich anhab? Ja. Ist der gerade gestorben, oder? Ist der da gedingst? Oli? Gedingst. Ist der da? Ist der gedingst? Ist der gedingst? Der holt sich Bier. Aua. Ach so. Ja gut. Es tut mir leid. Ja. Wenn er gerade dran ist, musst du mich schießen. Ja, war klar. Das nützt ja alles nichts. Ja. Aber wenn er tot ist, ist er wenigstens sicher. Dann kann er nicht fünfmal sterben. Ja, ja. Ja. Ist doch gut. Tot ist tot. So. Schönes. Herbsthäuser. Ein Herbsthäuser. Mhm. Ah, nice. Hahaha. Au, 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 au. Antwort von meiner Frau. Gibt's aber heute keinen... ... ... ... ... ... ... Ah, TanRe. 聴... ... ... im Seiteneingang vom Ollemans. ... ... ... ... ... ...hat am Spawnpunkt jemand eine Miene gesetzt. Nur zu Ende. Jetzt geht's gleich hinter mir vom Bett. Na Olli, nicht, dass der Schuss nach hinten losgeht. Nein. Ist alles gut. Ich bin der Hahn im Korb. Das ist normal für uns. Ich glaub, das ist normal in der Familie, wenn du nur Frauen hast. Aha. Ja, manchmal hätte ich schon so gerne einen Erben gehabt, aber ich bin glücklich, dass es so gut ist. Ich bin der Egelwagen. Ist ja auch eine Erbe, weißt du was? Hallo? Da gibt's irgendwann Enkel. Was für Erbe brauchst du? Trifft nix. Ich mein, ich geb normalerweise keine Tipps im Spiel, aber Gold fällt nun mal auf. Gold fällt. Ich bin der Große? Ey. Ups. Nicht mit mir. Nee. Nöööööööööy. Ah. Gott hat's Boog gebaut. Hinzherrück auf. Nöööööööööö. Dies bin kaputt. Ist ja Olli. Gut gehabt. Ah. Ich hab das nur aus Augengegeln gebrochen. Ist nicht wahr. Bisse. Die Klingel kaputt. Um Gottes Willen. Kommt du jemanden? Ich will jemanden. Oh oh. Hinter mir. Scheiße. Voll mit einem Gewehr. Der lacht sich da noch eins ab. Das war lustig. Wer liegt denn immer am Spawnpunkt? Hast du dich hier reingeschlecht? Black Eagle, hab ich ja gesagt. Black Eagle macht das. Ich mach das auch. Echt? Ich lege meine Min immer standardmäßig an bestimmte Ecken. Aber nicht am Spawnpunkt, oder? Ach Gott. Das ist doch zwangsläufig irgendwann so. Das weiß doch keiner wo die Spawnpunkt sind. Stehen bleiben Polizei. Das passiert doch zwangsläufig. Oh. Ich muss Big Mac. Warum ist der raus? Big Mac nix verstellen. Nix wissen. Achso, willkommen vorbei. Ahmt. Es ist eh egal. Es gibt keinen Spawnpunkt. Du spawnst überall. Wurscht. Ich darf das nicht. Ich darf das ruhig nach oben drücken lassen. Nicht fliegen. Ich darf das ruhig nach oben drücken lassen. Nee, von Liberty. Ich weiß nicht. Kalle, du hast grad irgendjemand anderes Leben gerettet. Aber... Ich weiß grad nicht wem. Na, Ben. Hallo, Herr Shooter. Na, Ben. Hat dein Computer jetzt so lange gebraucht? Ja, ja. Ja, ja. Ich denke das Elend von gestern Abend, ja? Was für ein Elend? Achso, ja. Ach. War da... War der Afgar? Der war Afgar? Ich nicht. Der will ne, ne? Nee. Nee, ich glaub nicht. Nö, nö. Ben, findest du das in Ordnung? Ja, Ben. Oh, 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 oh. Die Miene. Das war eine Zeug. Meiner war weg. Du kleiner Wurm, du. Ja, Zen. Ich hab dich extra schön versteckt. Ach, der Abend kommt da irgendwo rauf. Eieiei. Nee, ehrlich gesagt, meistens spawn ich da. Ja. Ich hab eine Video gefunden, guck mal an. Shooter. Ja, ja. Stehst du da im Anschlag? Da kommt der Nächste. Das gibt's doch nicht. Einen weg. Einer kommt, einer geht. Aua! Und du auch. Ja. Ah, ich bin, ich bin drüber gesprungen. Und dann stand da entschärfen. Schade. Ach man, ich wollte den gerade erschießen. Hm. Ah, ich hasse den gerne nicht. Ja, und die Ecke kann man nicht schießen. Musst du schon gerade machen. Manche können das nicht. Schade. Ich würde sagen, wir wechseln gleich, oder? Ja, klar. Ich weiß nicht, ob ich wegwenden will. Ich lauf hier in Form auf. In Form. In Form. Ah. Ach! Das war aber nicht gut. Das war so nicht geplant. Ich wollte Black Eagle besuchen. Ich war grad am Guck gehen. Ja. Jetzt geht der Alter. Mach der mich noch nicht. Nee, 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 nee. Kann ich dein Draht haben? Nee. Ach schade, ich war zu langsam jetzt. Ja, ich hab echt so schnell losgekommen. Hätte den gerne eingepackt noch. Ich weiß. Du bist ja so ein Minendieb. Dieser Umsammler. Oh, nee, 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 nee. Ach, Scheiße. Wer legt denn da so ein Ding hin? Sicher kommt die. Ah, ne, ihr flippt sie. Nee, nee, ich brauch's nicht. Alles okay. Brauenschutz. Du hast doch jetzt nicht grad hinter dieser Kiste da gestanden, oder? Hast du mich beobachtet? Ich hab dich selbstverständlich gebeten. Ich hab dich beobachtet vorher. Ey, was bist du denn für ein hinterhältiger Mistvogel? Warum? Ich hab dich erst heilen lassen. Ich, ja. Ich lauf durch deine Scheißmine, bin fast tot. Versteck mich hinter der Kiste, um mich zu heilen. Und du beobachtest mich, du Stalker. Ja, hör mal anders geht das bei euch nicht hier. Seid zu gut, alle. Ach, ja. Oh. Oh, 3,1. Wo ist das alle? Nein. Eigentlich hab ich eben in unsere Bühne geschossen. Aber okay. Wer steht denn da und trifft nix? Ah. Ich. Der trifft nix. Ja. Der Kalle ist einfach abgehauen. Also machen wir jetzt den Pfeffer wechsel, ja? Ja. Ja. Hehehe. Braucht mich gar nicht zu unabhängig. Ja! Rangaufstieg. Ja, ja. Ja. Ach, Olli. Hehehe. Alles schmack. Ich schmack nicht überhaupt. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. So kann es weitergehen. Wieso konnte ich dich nicht erschießen, Olli? Ich hab dich doch endlich zu ihm getraut. Olli, ich hab dir aus dem Weg gelaufen bin. Ja, da hat er wohl eingezogen. Nein, ich habe W und W gleichzeitig geschickt und hab dich nur von das Seil geschickt. Scheiße. Ich wollte grad sagen, wer hängt denn da? Alter, voll auf die Scheiße. Spawnschutz. Schon mal was von gehört, war du? Nö, ich hab vorbeigeschossen. Nee, du hast mich getroffen. Ich hatte aber Spawnschutz. War so lange? Fünf Sekunden. Was sagst du? Ach so. Das ist jetzt positiv gemeint, ja? Ja, ich wusste ja nicht, dass du da nicht Spawnschutz. Gott, gut, alles klar. Jetzt hab ich schon gedacht. Ah, nein. Ah, fuck. Ich mag dich. Nice. Hängt zwischen den Rohren. Geil. Ui. So, ich mach Feier. Er macht Feier. Jetzt? Tschüss. Was kommt jetzt? Tschüss. Jetzt kommt ein Bild mit Rangaufstieg. Für den Devil. Danke mir, Devil. Server One. Oh, ja. Jep.